Das Skyframe unterstützt uns, weil es eigentlich ein Minimalfenster ist. Das Fenster tritt de facto nicht in Erscheinung und das unterstützt unsere Architektur sehr sehr gut, weil wir wollen mit unseren Fenstern eigentlich Passepartouts machen für die Landschaft oder für die Aussicht und je weniger Profil wir sehen, desto besser ist es, desto reiner ist das, was wir eigentlich zeigen wollen, nämlich das Verhältnis innen außen, die Landschaft, die bei uns in die Häuser reinfließt und umgekehrt und das ist ein ganz hervorragendes Produkt. Also weniger Profil geht nicht und das überzeugt uns. Man kann das hier schön sehen an diesem Modell. Wir haben es auch ganz bewusst so gebaut. Es gibt das schwere Haus mit Naturstein, mit Sichtbeton und es gibt diese super leichten Fenster, dieses Lichtband, das sich hier einmal um das Haus windet und den Garten hier wirklich ins Wohnzimmer reinlaufen lässt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.